Willkommen zu einem etwas wichtigeren Infovideo, denn ich habe ja am Anfang dieses Jahres schon mal überlegt, irgendwie mehr in Richtung zu spritzeln und ja, im Endeffekt werde ich es jetzt auch so halb und halb eher tun, denn wie ihr gemerkt habt, die Qualität und der Content hat in den letzten Monaten ziemlich nachgelassen. Unter anderem, weil ich auch durch Uni und Arbeit ziemlich viel weniger Zeit habe, seitdem ich auch umgezogen bin, eigene Wohnung, noch weniger Zeit, ja, und zwar will ich das jetzt im Endeffekt erstmal so regeln, ich weiß nicht, ob ich auf diesem Account, auf diesem Kanal hier bleiben werde, denn ich werde jetzt erstmal einen neuen Account aufmachen, Link und so weiter ist dann alles in der Beschreibung und so. Also, dort werde ich eher so Sachen hochladen, ja, wo man jetzt im Endeffekt nicht viel mehr machen muss, im Sinne, ich werde sehr viel streamen oder mehr streamen als vorher, einfach wenn ich was zocke, streamen. Und Ausschnitte bzw. Teile davon dann immer, ja, wie gehabt teilen und hochladen, werde aber auch im Endeffekt, in Anführungsstrichen, dadurch live LPs machen. Es werden, wie gehabt, Projekte bleiben, die ich dann quasi auch so als LPs hochlade. Die sind dann aber meistens, und dann, ich weiß nicht genau, wie ich es machen werde, aber ich denke mal, sie werden komplett schon als Stream da sein. Äh, ja, also ist ein Part dann immer irgendwo zu Ende und fängt irgendwo wieder an. Äh, dafür möchte ich auch irgendwie so, so ein Intro quasi machen, mal gucken, wie ich es hinbekomme. Wenn sich wer damit mehr auskennt, immer her damit. Aber ja, äh, zu diesem Kanal hier, der bleibt erstmal so bestehen, und zwar als, so gesehen, mein Archiv für die LPs, die ich hatte. Verlinkt und so weiter sind auch, äh, die jeweiligen auf dem anderen Channel. Alle Projekte, die ich hier quasi angefangen habe, außer Kingdom Hearts, Stream Drop Distance, weil der noch ziemlich am Anfang ist, werden trotzdem auf diesem Kanal zu Ende gebracht, das heißt Hyperdimension Neptunia Rebirth 2 wird hier zu Ende gehen. Ähm, Sword Art Online wird hier zu Ende gehen, aber auch nur verkürzt, nämlich mit der ganz normalen Story. Äh, Tales of Gratis F werden wir noch da, äh, das, was wir nach der Story machen können, auch noch machen. Und ja, äh, Portal müsste ich auch noch zu Ende bringen. Aber, ja, ja, ich glaube, Portal 2 kommt dann auch noch auf diesem Account. Jedenfalls werde ich dann, glaube ich, erstmal, äh, das könnte ich eigentlich heute noch machen, äh, den Multiplayer einfach mal hochladen, bevor ich 100% so gemacht habe, das ist halt so, wie es ist. Ähm, ja. Okay. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich dann weiter auf meinem anderen Kanal verfolgen. Der Account wird dann so gesehen, äh, in den Winterschlaf, keine Ahnung wie lange, geschickt. Wenn ich dann, wenn ich normal arbeiten sollte, wieder nach meinem Studium und so weiter, in drei Jahren, zweieinhalb Jahren irgendwann, äh, wenn ich da denn wirklich mehr Zeit habe, wieder normale MPs zu machen, dann werde ich vielleicht auf diesen Account wieder zurückswitchen, aber an sich, ähm, ja, neuer Account, neues Theme. Ich hoffe, einige von euch werden, äh, rüber wechseln. Und ansonsten sage ich, hab trotzdem viel Spaß. War eine schöne Zeit mit diesem Kanal hier. Nur, ich brauche jetzt quasi eine Änderung, weil so geht das für mich mit meinem jetzigen Leben nicht mehr so ganz weiter. Mal gucken, wie genau ich das hinbekommen werde mit den ganzen Streams und so weiter. Macht mir auf jeden Fall an sich schon sehr viel Spaß. Und ja, noch ist dieser Kanal hier ja noch nicht ganz geschlossen. Aber wir werden uns dann bald auf diesem Kanal nicht mehr wiedersehen. Und ich hoffe, die meisten werde ich dann auch auf dem neuen Kanal wiedersehen. Ebenfalls die, dessen Accounts aktiv sind. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss.